ja hohoho hey das könnten heftiger Kampf werden er wird heftig ein erbitterter Kampf zwar nur gegen einfache Einheiten aber äh es will noch nichts heißen ja ihr klettert hier auch schön hoch denn denen soll die Verstärkung nie ausgehen da oben bis die alle hoch sind ja kann noch dauern da unten die stehen noch frei das heißt voll Angriff vor allem so sieht man auch nie wer gerade fliehen will oder sowas in der Art kommt schon voll drauf gehen ja sind da noch Gegner Prozent und irgendwie wenn ich es mir so überlege gehe ich mal da in das Haus rein gar keine schlechte Idee irgendwie jedenfalls mit einer Einheit mal ja nicht schlecht nicht schlecht Attacke so die hier oben kann ich da nach unten schicken ja das ist gut so ich brauche alle Unterstützung die ich bekommen kann ähm ihr stellt euch sofort zu einer Formation zusammen ach man ihr seid so dumm ihr seid so dumm ja endlich ist das eure ja ja passt ne doch die Formation ist scheiße Gebäude eingenommen Gebäude eingenommen Waffenarsenal ähm das ist das da gut das ist auch eins ha 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 ich bin im Haus und kann schießen so auf die ho 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 schaut so aus als wäre es hier recht eng ja aber ach nein meine Kanonen dürfen nicht dahin schießen da steige ich doch gerade hoch man wenn es zammkracht die ganzen Toten hier oben naja wenn es zammkracht hm nicht gut nein nein flieht scheiße 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 erstmal sollen sich welche um die da kümmern und dann sollt ihr euch ja einfach mal um die kümmern ja das passt ja los 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 ihr schafft es locker ihr schafft es klar wenn nämlich der General tot ist habe ich hier gute Chancen und jetzt mache ich erstmal noch was sinnvolles wenn ich nämlich dort bin ja klein wenig noch Formation zu spät General stechen ab schade ja vielleicht kann ich schießen es muss klappen ja 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 du bist der schlimme hier ja 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 jetzt jetzt der letzte hat noch gefehlt aber jetzt konnte schießen ja 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 das war episch jetzt kommt jetzt schaut wieder nicht so schlecht aus ihr da noch hin ihr ja macht die platt hier da oben sollte ja noch platt machen dann einfach mal so hinstellen und schießen an ein gefecht beendet ja wir haben gewonnen ich glaube das war irgendwie gerade noch lassen ganz schön viele geflohen von mir viele verloren und das mit einem gebiet wo lauter feinde drum rum warten das wird eng so tatsächlich richtig aber das als die stelle mit dem general war doch mal richtig genial 847 verloren und der war 1636 aber dennoch fraktion vernichtet bayern provincia obert feiern naja vernichtet würde ich nicht so sagen ich würde eher so nennen ich habe sie übernommen übernommen hört sich schön an gut ein weiteres stückchen land gehört uns runde also nächste runde was sich so alles tut ach ja wenn ihr übrigens großbritannien besiegt ich glaubt zwar nicht kein zufall dann entsteht in amerika die vereinigten staaten also genau in der runde wo er die besiegt habt die einländer ja bestehen die so wir haben wieder geld das bedeutet die hier auffüllen wieder mit voller energie wunderbar von ja schon fast wieder das ganze geld ausgegeben und ich bedanke mich jetzt wieder mal fürs zuschauen ja schau doch nächstes mal wieder zu bei meinem nächsten let's play das bald folgen wird und tschau ja